Und hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Im Tor unter Nummer 26, Sven. Uwe. Mit der Nummer 4, Niklas. Süd. Und hier sind wir Nummer 5, Max. Uwe. Und hier sind wir Nummer 6, Vierabro. Mit der 9 holt er sich die Torjäger-Kanone, Rohrath. Die 8. Leon. Mit der 22. Siersch. Die 25. Kapitän Thomas. Mit der 27. Neyvich. Die 29. Kinkley. Und die 32. Joshua. Die 23. Einwärtsgespiegel bei der 16. Neyvich. Ziegen durchs Tor. Die 39. Und kommen. Aufwand. Dann mit der Nummer 7, Führer. Die 23. Mit der 10. Ah, ja. Aufwand. Und sie werden uns auf 13. Aufwand. Mit der 17. Jelon. Die 19. Alfonso. Und last but not least unsere 35. Renato. Renato. Auch heute mit dem Regierungssystemer-Gespanns. Die Assistenten geht der Endermann. Und auch Omer Kovac. Und unser Chefträger. Nico. Omer Kovac.